Scheiße. Lisa, Daisy, Oliver. Dr. E, Lanhart. Ach du Scheiße. Dude. Jason. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde. Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Ja, auf geht's. Fuck. Verdammt, ist das gerade spannend. So spannend, dass ich einen Cut machen muss. Natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Nein. Okay. Okay. Sidra. For fuck's sake. Schwere Entscheidung. Wo sind denn alle verflucht? Was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Das ist total assoziär. Sieh dich an. Groß. Stark. Mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? No. Bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich lieben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Sidra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien. Und dann... gehöre ich dir. Sidra. Na, wunderbar. Folge dem Pfad des Kriegers. The fuck? What? Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakyat bist du machtvoll. Okay. Waffen töten Menschen. Sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger. Was hast du sicher in den Rücken geschossen? No! Mächtiger Krieger. Du bekommst das letzte Tatau. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. What the fuck? Und du bist bist an die Zähne bewaffnet und voller merkwöniger Tattoos. Ich bin dein. Ich bin dein. Ich bin alle. Diese Insel gehört. Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles ausprobieren. Voll Ende den Pfad. Sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatau, alles was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klinge. Okay. Wir machen es einfach mal. What the fuck? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 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 Was zur Hölle? Warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen. Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason. Sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason! Was ist los mit dir? Sitra hat mich erlöst. Uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht? Ja! Haha! Spaß! Ich liebe dich. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Sitra, bitte verlass mich nicht, bitte. Sitra, es tut mir leid. Sitra, bitte verlass mich noch nicht. Schöne de bu müzik. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Ja Leute. Das Finale von Far Cry 3. Ich muss wirklich sagen, das Spiel ist geil. Es ist einfach Hammer. Ich habe selten ein so geniales Spiel gespielt. Far Cry 1 fand ich schon richtig genial. Far Cry 2, ja. Ich weiß ja selbst, dass das Spiel scheiße war. Und Far Cry 3, hammerhart. Wirklich einfach genial. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde den Rest, also ich glaube jetzt kann man normal weiterspielen. Also irgendwelche Missionen erfüllen oder sowas. Da habe ich das zumindest mitbekommen. Ja, das werde ich wahrscheinlich privat spielen. Also ohne ein weiterführendes Let's Play. Mal schauen. Aber hiermit werde ich erstmal das Let's Play behalten. Vielleicht werde ich es mal führen. Na echt, ich sage jetzt mal noch gar nichts. Ich würde sagen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Kommt hier noch was? Ah, okay. Moment. 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 Okay. Genau, so. Ja eben. So. Ich würde sagen. Macht's gut und bis zum nächsten Let's Play, Leute. Ich würde sagen.